Das heißt, wir... Das heißt, ja, meine Chance besteht, dass ich mein Bild scharf stelle, oder? Die einzige Möglichkeit. Na dann, versuchen wir mal unser Glück. Das heißt, was passiert jetzt? Das fühlt sich so, dass die Realität sich verletzt. Was mache ich mit dem Zeitpunkt? Tja, äh. Okay. Wir werden nicht Gewinnerin. Wir behalten das Bild in unserem Tagebuch. Wir fahren nicht nach San Francisco. Aber ich hoffe, Mr. Jefferson wird trotzdem verha... Was? Endlich jetzt wieder im Dark Room, oder was? Ich werd' wahnsinnig. Nur weil ich ein Blitzerwissen hab. Oh, fuck! Gott, nein! Ich bin wieder hier wieder? Ich dachte, dass ich alles fixiert habe. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte hier sein, nicht hier sein. Jesus. Es ist wie, dass du wieder in meine Klasse zurückkommst. Du bist immer noch aus. Es wäre cool, wenn du eine von deinen Patenten-Selfie gemacht hast. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Insofern. Antwort auf meine Frage, bitte. Fuck you! Gut. 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 Hey. Your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first-world problem. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. You're not in my diary. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said. Something weird. There's that fear. Oh. Amazing. It's an honor working with you on this final session. I give you the final shooting. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. the loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson. Please. Don't do this. Don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Der killt mich jetzt, oder was? Please. Don't do this. Yeah, it looks like so. I promise. This final dose won't hurt. You must not die, my friend. At least. That's the last lecture. But it's... ... there's nothing. I promise. This final dose won't hurt. What? Can I just run back? David! No, David! No! Jesus! David Madsen! He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right? Touch boom. I must warn. No more nosebleeds. Wait. Hold on. Can I... Can I please ask you for one last request? Oh. You got me, Max. How can I deny that face? How can I deny that face? Äh... Etwas Wasser, etwas Musik spielen. Etwas Musik spielen. Und dann hört er vielleicht nicht, wenn er nichts kommt. So I can drift away. Even at the end, you're still a dreamer, Max. It's a nice treat. Hold it! What? What? Fuck. What? Was muss ich hier machen? Ähm... Licht ausmachen. Etwas, was wir versuchen... Versuch uns mal mit Lichtern. They make me squint, so I won't look good for the shot. Now... You're thinking like a real photographer. And I don't want your last memory to be bad lighting. Ich muss ihn so lange aufhalten. Ich versuche... Diese finalen Dose wird nicht wehren. Was? David! Watch out! Time to shut the fuck up, okay? Okay, das war auch nicht gut. David! Watch out! Time to shut the fuck up, okay? Okay, das bringt's nicht. Wir versuchen was anderes. Blablablabla, ein letztes Foto. Take... One last picture of me. I... I wanna be your best subject. I almost don't believe that, but... I think you've finally learned from me. So... I promise... This final dose won't hurt. What? David! Watch out! Time to shut the fuck up, okay? Okay, das geht nicht. Das mit der Musik war immer noch am besten, glaube ich, oder? Blablabla, wir versuchen das jetzt noch mit dem Wasser. Er zieht den Wagen ein Stück rüber. Mein eines Bein ist ja frei. Okay. Das heißt, ich kann jetzt den Wagen in seine Richtung treten. Vielleicht, wenn ich Glück hab. Ja, komm schon. David! Watch out! Time to shut the fuck up, okay? Nein, das war nicht gut. Wie krieg ich das mit dem Wagen hin? David! Watch out! How? How did you know that? No gun. No balls. Jefferson! It's over. You are not going to stop me. David Madsen. Of course. Well, this is what you get for playing cop. Oh, shit. Okay, das war auch nicht gut. So, jetzt machen alle. Sehr schön. You... Are you okay? Are you alright? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. No, thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Yeah, but that also means that Chloe is dead. Or worse. Shit. No signal. Thanks, Mr. Jefferson. But you won't need this anymore. So, oder nichts wie draußen. Äh, nach draußen. Hold on, Max. So, where is Chloe? Ich versuche sie zu retten. Ich, äh... Sag sie nicht. Sonst bringt er ihn vielleicht noch rum. She was pretty stressed out. So, um, she went to go, um, medicate before I ended up in here. So, she's okay. Oh, thank God. Once I'm happy, Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air. And use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad, Chloe has a best friend like you. Go on. So, jetzt aber keine... You've seen enough of this room. Keine Verzögerung mehr. Ich muss sie raus. Ich muss Chloe retten. Let's see, what kind of photo ever... Und ich habe sie angefangen. I hope she's to know that. No matter, listen. Do you have that photo you took last night in the Parking area? Yeah. But why? It wasn't that great a shot. Yes, it is. And I want to know. Where are you? I'm at the Two Whills Diner. I'm pretty much trapped in here with Joyce. Was ist das Armageddon? Ich hoffe, die Ozean zu schreien. Ich bin auf meinem Weg. Komm schon, das ist verrückt. Du kannst nur auf der Seite gehen. Gerne, Max. Steigst du, wo du willst. Ich denke, dass die Wärme kleiner werden. Ich bin sehr gefährlich. Das ist okay, ich auch. Aber es ist noch nicht vorbei, Warren. Also, warte. So, die will doch jetzt nicht etwa durch den Sturm fahren. Wohl doch. Hoffentlich muss ich nicht selbst fahren. Sonst habe ich ein Problem. Bitte nur eine Videosequenz. Videosequenz bitte. Sehr schön. So, jetzt ist nix wie ab in Steiner. Muss Chloe retten. Ich muss Chloe retten. Ich habe eine neuer Kultus-Sin-Version. Ich habe eine Kultus-Sin-Version. Ich habe eine Kultus-Sin-Version. Das würde Gott uns nachher bringen. Und ich bin derjenige, in der f***ige Radio-Station. Werden, gib mir die H*** aus hier! Jetzt, Gott, ich will das Geld dafür. Ich will das Geld für die Praxis. Max, es ist Nathan. Ich wollte nur sagen, ich bin sorry. Ich wollte keine Kate oder Rachel oder... Ich wollte niemanden. Oha, das war mal... Ich weiß nicht, wie wir ihn bisher noch nicht erlebt haben. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Na dann, los gehts. So, ich muss mir jetzt mal eine Legbahn zum Two Whale Steiner. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht.